Wie hast du das gefunden? Ich hab es schon eine Weile. Wie lange? Viele Jahre. Also, ich hab's versucht, aber Mike war da und ich... Ich hab's mal abgegeben. Du solltest jetzt gehen, Marc. Hallo, Forst. Hier bin ich. Gott sei Dank. Sie haben eine Nachricht bekommen. Ja, das habe ich. Haben Sie auch meine anderen Nachrichten? Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Die Nachrichten fand ich recht amüsant. Wirklich. Forst tötet Älter und die ganzen Obdachlosen. Das ist fabelhaft. Fürst ist es, aber immer gut, dass wir nur noch ein paar Tage zurückkaufen sollten. Mögen? Wirklich.